Es ist nur eine kleine Besonderheit im Erbgut und doch kann sie alles verändern. Den Alltag, das Lernen, die Zukunft dieser Menschen. Leben mit dem Down-Syndrom jetzt bei Quarks & Co. Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. 80 Millionen Menschen leben hierzulande. Doch wir sind blind, wenn es um die eine oder andere Gruppe unserer Bevölkerung geht. Machen Sie doch mit mir ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich Zahnärzte vor. Ich kenne bestimmt Zahnärzte, gehen regelmäßig zu dem einen oder anderen. Und jetzt machen Sie folgendes. Jetzt ersetzen Sie den Zahnarzt durch einen Menschen mit Down-Syndrom. Es ist erstaunlich, es gibt in etwa so viele Menschen mit Down-Syndrom wie Zahnärzte. Doch über diese Menschen wissen wir ganz wenig. 50.000 gibt es hierzulande. Und zu Ihnen zählen zum Beispiel Angela Fritzen, Martin Weser und Verena Günnel. Und Sie erzählen uns, wie Sie Ihre Welt erleben. Was ist das Besondere an Menschen mit Down-Syndrom? Ich bin das Besondere. Bist du verheiratet? Kommt noch. Was magst du an dir selber? Ich sehe gut aus. Was findest du an dir schön? Einfach gut. Was findest du an dir schön? Meine langen Haare und dass ich dünn bin. Was magst du an dir selber? Ich kann viel lachen. Was möchtest du an dir ändern? Nichts. Mich stört das Aussehen von Down-Syndrom. Weil mich einer anstarrt. Mich öfters immer anzugucken. Die denken, dass ich doof bin. Wenn man mich anstarrt, sieht man nicht, was in mir ist. Wenn man mich anstarrt, sieht man nicht, dass ich am Computer und mit der Hand schreiben kann. Wenn man mich anstarrt, sieht man nicht, dass ich seit 10 Jahren im Altenheim arbeite. Die Menschen leben alleine. Die können alles. Die können kochen, Wäsche machen und Geld abholen. Wir aber haben Down-Syndrom. Beschreibe dich selbst in einem Satz. Ich lebe sehr gerne, auch mit Down-Syndrom 21 zu haben. Das ist mein Wunsch, das ich gerne selber machen würde. Ich habe Angst, dass ich das Down-Syndrom habe. Ich weiß es nicht, wie es denn so geht in meinem Leben. Und es hängt an die Seele und mein Herz. Was möchte ich noch verändern? Ich würde mit dem Marathon mitmachen. Aber nur mit 5 Kilometer. Länger kann ich nicht laufen, sonst kriege ich Blasen an den Füßen. Übrigens, alle drei schreiben als Autoren für die Zeitschrift Ohrenkuss. Über das Down-Syndrom kursieren viele zum Teil falsche Vorstellungen. Da gibt es manche, die behaupten, es habe mit dem Alkoholkonsum während der Schwangerschaft zu tun. Oder das Down-Syndrom sei eine Erbkrankheit und käme gehäuft in bestimmten Familien vor. Alles das ist falsch. Aber es hat schon mit dem Erbgut zu tun. Jeder von uns ist das Produkt des Erbguts von Mutter und Vater. Das kann man hier sehen. Hier sehen wir die einzelnen Chromosomen oder Kapitel, wenn man so will. Und immer gibt es eins vom Vater, eins von der Mutter. So läuft das bei den meisten von uns ab. Und jetzt kommen wir zum Down-Syndrom. Beim Kapitel 21, da bekommen wir von der Mutter nicht ein, sondern zwei Chromosomen. Deswegen spricht man beim Down-Syndrom auch von Trisomie 21. Und die Frage ist nun, was macht dieses 21. Chromosom? Was ist der Unterschied, ob es nur zwei- oder dreimal vorkommt? Das Erbgut eines Menschen mit Down-Syndrom. Das Chromosom 21 gibt es hier dreimal. Auf jedem dieser Chromosome befinden sich mehrere hundert Gene. Die Gene funktionieren wie ein Bauplan. Sie werden abgelesen. Und nach dem Plan werden viele Stoffe im Körper produziert. Zum Beispiel Enzyme. Wenn ein Chromosom dreimal statt zweimal vorhanden ist, dann kann zum Beispiel mehr Enzym gebildet werden. Das führt dazu, dass im Körper einiges anders läuft. Der Mensch hat das Down-Syndrom. Doch was bedeutet das? Beispiel geistige Fähigkeiten. Praktisch alle Menschen mit Down-Syndrom sind darin eingeschränkt. Doch die Spannbreite ist enorm. Es gibt einige ganz wenige Kinder, die nie richtig sprechen lernen. Genauso wie einige wenige Menschen, die einen Hochschulabschluss machen. Die meisten Menschen haben Fähigkeiten dazwischen. Genauso ist es mit der Muskulatur. Fast alle Säuglinge mit Down-Syndrom haben schwache Muskeln. Doch nur manchen fällt jede Bewegung schwer. Andere werden später trotz der Muskelschwäche zu Marathonläufern. Typisch ist auch ein angeborener, aber operabler Herzfehler. Doch nur die Hälfte der Kinder mit Down-Syndrom kommt damit zur Welt. Die andere Hälfte hat ein völlig gesundes Herz. Warum das so ist, kann niemand erklären. Und wie sich ein Kind entwickeln wird, lässt sich nicht voraussagen. Denn die Auswirkungen des dritten Chromosoms 21 können ganz unterschiedlich sein. Woran liegt das? Forscher erklären sich das so. Einflüsse von außen, wie zum Beispiel Bewegung, Lernen und soziale Kontakte, können die Produktion der unterschiedlichen Stoffe beeinflussen. Nur wie und wie sehr, weiß niemand. Das ist bei jedem anders. Außerdem beeinflussen die Gene auf dem Chromosom 21 auch Gene auf anderen Chromosomen. Nur wann und wie genau, weiß man noch nicht. Menschen mit Down-Syndrom sind so unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist ein drittes Chromosom 21. Das Down-Syndrom gibt den Wissenschaftlern also nach wie vor Rätsel auf. Tatsächlich ist es in der Wissenschaft noch nicht lange bekannt. Aber Menschen mit Down-Syndrom gab es natürlich schon weit vorher. Und Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben Kunstgeschichtler und Genetiker sich zusammengesetzt und haben ein interessantes Projekt durchgeführt. Sie haben alte Gemälde untersucht und nach Menschen mit Down-Syndrom gesucht. Und sie haben nur ganz wenige Bilder gefunden, bis heute gerade mal sieben. Hier ein Beispiel, niederländische Schule, der Maler Jan Joost. Und schauen Sie mal, hier oben, da sieht man einen Menschen mit diesen typischen Gesichtszügen des Down-Syndroms. Und wir werden sogar doppeltfündig, denn hier unten gibt es auch einen Engel mit den ähnlichen Gesichtszügen. Und die Frage ist, warum findet man so wenig Menschen mit Down-Syndrom in diesen alten Abbildungen? Was ist der Grund? Wurden Menschen möglicherweise damals von der Gesellschaft geächtet? Wurden sie übersehen? Nun, das änderte sich auf jeden Fall, als das Down-Syndrom zum ersten Mal beschrieben wurde. Und wenn Sie jetzt denken, Down-Syndrom, das kommt vom englischen Down, was so viel wie runter bedeutet, dann lassen Sie sich überraschen. Eine Landschaft in England, südlich von London. Es ist das Jahr 1846, ein sonniger Tag. Die Apothekerfamilie Down nutzt das schöne Wetter für einen Ausflug. Auch der 18-jährige Sohn John ist dabei. Er soll später die Apotheke des Vaters übernehmen. Plötzlich ändert sich das Wetter. Sie suchen Unterschlupf in einem Bauernhof. Ein ungewöhnliches Mädchen serviert Tee. Sie ist geistig behindert. Dieses Erlebnis bewegt John tief. Ich spürte den Wunsch, ich sollte etwas tun für ihresgleichen. John wagt den Schritt. Er geht ohne Geld nach London. Hier, nahe des Thamse-Ufers am London Hospital, schreibt er sich ein. Er will seinen Traum wahrmachen und Arzt werden. Es ist das Jahr 1853. In London wird man aufmerksam auf ihn, den jungen Medizinstudenten. Der junge John Langton Down ist der Beste seines Jahrgangs. Er gewinnt mehrere Preise. Das Studium ist endlich finanziert. Plötzlich, ein Jahr noch vor seiner Doktorprüfung, bekommt er ein unverhofftes Angebot. Das weite Ziel ist greifbar nah. Er soll Earlswood leiten. Earlswood. Das ist ein Heim für fast 400 geistig Gehinderter im Süden von London. John soll die unsagbaren Zustände verbessern. 15 Bettenzimmer, hohe Sterblichkeit. Er nimmt jeden Spatz, er lässt sie fotografieren, so wie sie es wollen. Die Fotografie ist gerade erst erfunden worden. Eine Gruppe von Patienten fällt ihm auf. Zu ihr gehört Mary Arnott. Sie ist 19 Jahre alt. Sie kann lesen und am Klavier auswendig kleine Stückchen spielen. Sie ist herzlich, geistreich und fröhlich. Mary und einige andere Patienten zeigen ihrem Aussehen und ihren Fähigkeiten nach. Gemeinsamkeiten. 1866 veröffentlicht Down seine Beobachtungen. Er benutzt dazu die wissenschaftliche Sprache und Begriffe seiner Zeit. Damals sind die Thesen des deutschen Arztes und Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach in Mode. Blumenbach unterteilt die Menschen anhand ihrer Schädelform in fünf Rassen. Die weißen, braunen und roten, schwarzen und gelben Menschen. Die asiatischen, gelben Menschen nennt er mongolisch. Down glaubt bei seinen Patienten eine Ähnlichkeit mit diesen asiatischen Menschen zu erkennen und bezeichnet sie daher als Mongoloid. So kam der Begriff Mongolismus in die Welt. Das Schlimme daran? Die damalige Wissenschaft hält die unterschiedlichen Rassen für unterschiedlich weit entwickelt. Die sogenannte mongolische Rasse gilt als wenig entwickelt und geistig minderbemittelt. Die meisten Ärzte glauben damals sogar, diese Menschen könnten nichts lernen. John Down glaubt genau das Gegenteil. Er will seine Patienten fördern. Earlswood und sein Leiter werden zum beachteten Vorzeigeprojekt. Der Rummel passt den Stiftern immer weniger. 1868 geht John Langton Down fort. Er gründet Normansfield, sein eigenes Heim für geistig Behinderte. In Normansfield lässt Down neben den Wohnanlagen auch Werkstätten bauen. Denn er hat erkannt, für die Förderung der geistigen Fähigkeiten ist gerade auch handwerkliches Training nützlich. Es gibt sogar einen Stall mit vielen Pferden, für Bewegungstherapie. Down stellt Physiotherapeuten und Lehrer ein. Sie unterrichten nicht nur Sport und Handwerk, auch Mathematik. Und sie trainieren ihre Schüler im Sprechen. Die Schüler treten im hauseigenen Theater auf. Mit seinem Bildungskonzept für geistig Behinderte ist Down seiner Zeit um 100 Jahre voraus. Und auch in der Wortwahl setzt Down sich von seinen Kollegen ab. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verwirft er den abwertenden Begriff Mongoloid endgültig und wird ihn nicht mehr verwenden. 1896 stirbt Down, mitten in der Arbeit, ganz plötzlich. Neun Jahre nach seinem Tod kommt ein Enkel zur Welt. Dem Großvater zu ehren erhält er den Namen John. John hat das Down-Syndrom. John Langton Down war mit seinem Bildungskonzept eher ein Einzelfall. Und es dauerte noch über 100 Jahre, in denen Menschen mit Down-Syndrom immer wieder abgewertet und diskriminiert wurden. Der traurige Tiefpunkt, das waren die Nazis. Sie ermordeten gezielt Hunderttausende geistig behinderter Menschen, darunter auch viele Menschen mit Down-Syndrom. Und diese Diskriminierung setzte sich sogar noch weiter fort. Noch in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte man in Zeitungen den Begriff Mongolismus lesen. Auch das ist eine Form der Diskriminierung. Korrekt heißt es Menschen mit Down-Syndrom. Und diese Menschen sind lange Zeit stark unterschätzt worden. Heute weiß man, sie benötigen eine spezielle Förderung. Das ist Jonas, sieben Jahre alt. Und das Maria Rodenacker. Jonas kann lesen. Das hat er bei Frau Rodenacker gelernt. So wie Jonas sollte jedes Kind mit Down-Syndrom lesen lernen, dazu rechnen und schreiben. Das sei wichtig für seine Zukunft, sagt Maria Rodenacker. Bis jetzt sind die in Heime oder irgendwo anders untergebracht nach der Schule. Aber ich denke, die haben eine super Chance dazu, in unserer Gesellschaft einen Job zu kriegen. Also eine Beschäftigung nachzugehen, die den Kindern oder diesen Menschen adäquat ist. Um das Schreiben zu lernen, soll Jonas nun einfache Worte zusammensetzen. Ich habe eine Freundin, die heißt, pass mal gut auf, guck mal her, die heißt Nina. Dafür braucht er vier Buchstaben. Jonas kennt diese Buchstaben. Eine Freundin heißt Nina. Ein Freund, der Nico heißt. An Nico und Lena hat er sich schon versucht. Nina, bitte schön. Such die raus. Nina. Jonas wählt ein I, ein L und ein A. Merkwürdig. Dankeschön. Ein, zwei, drei, vier. Ja, alle da. Ein anderer Schüler von Frau Rodenacker. Nahat. Nahat ist elf. Oh, sechs. Wow. Sein Lieblingsspiel ist, Mensch, ärgere dich nicht. Souverän geht er mit Würfel und Spielfiguren um. Zählen kann er gut. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Nun verschwindet das Spielbrett. Nüsse kommen auf den Tisch. Das sind ganz viele, oder? Ganz viele Nüsse. Zwei Nüsse von Nahat. Nahat. Zwei Nüsse. Das schaffen wir. Ja, er schafft es. Mit einem Griff. Und Frau, wir sagen ja noch eine Runde. Dann soll er sich, wieder mit einem Griff, das heißt ohne nachzuzählen, vier Nüsse nehmen. Bitte, vier Nüsse. Er scheitert. Vier Nüsse. Die Problematik ist so, dass die Kinder, wenn es ein Chaos gibt, ein Chaos, wie sie erlebt haben, auf dem Tisch, egal wo Chaos ist, kommen die Kinder nicht mehr zurecht. Heißt das, dass sie anders auf die Welt gucken, sich anders orientieren? Fabian ist eineinhalb. Er beobachtet aufmerksam eine blaue Maus. Wir sind bei Wissenschaftlern der Uni Hamburg. Sie zeigen Fabian jetzt eine Gruppe von drei Mäusen. Fabian wirkt plötzlich unkonzentriert. Er scheint das Interesse zu verlieren. Er schaut erst wieder hin, als dort nur zwei Mäuse auftauchen. Man sieht deutlich, dass die Aufmerksamkeit steigt bei denen. Die Hamburger Wissenschaftler und Professor André Zimpel glauben, Menschen mit Down-Syndrom verarbeiten Informationen anders. Vor allem, wenn es sich um viele Informationen handelt. Die Wissenschaftler haben einen speziellen Test entwickelt. Wie viele Striche sind das? Sechs? Man muss sehr aufmerksam sein. Die Striche tauchen nur eine Viertelsekunde lang auf. Yes. Die Probandin schreibt sechs statt drei. Yes. Und hier? Vierzehn. Also wir haben ganz einfach Strichlisten und auch Punktwolken Menschen mit Trisomie 21 und Menschen ohne Trisomie 21 gezeigt. Und diese Diagramme zeigen sozusagen die richtige Nennung der Anzahl. Das heißt, wie viele Personen haben die richtige Anzahl genannt. Und dann stellen wir fest, dass Menschen mit Trisomie 21 nie einen Fehler machen, bei Mengen, die ein Element haben und bei Mengen, die zwei Elemente haben. Aber schon ab einer Menge von drei nehmen die Treffer ab, ergab diese erste Stichprobe. Bei vier Elementen wird es schwierig. Fünf hat kaum jemand erfasst. Bei Menschen ohne Trisomie 21 können wir keine Fehler messen, etwa bis zu einem Umfang von vier Elementen. Die ersten Fehler treten auf bei fünf Elementen und nehmen dann dramatisch zu bei sechs, sieben, acht und so weiter Elementen. Auch Nahat hat Probleme mit größeren Mengen. Damit er besser klarkommt, geht Frau Rodenacker schrittweise vor. Sie sortiert die Nüsse in mehrere kleine Gruppen. Wenn die Menge auf diese Weise strukturiert ist, kann sich Nahat besser orientieren. Ich nehme auch zwei Nüsse. Frau Missergen, bitte auch zwei Nüsse. Nahat, nochmal, schau dir das gut an. Guck dir nochmal drei Nüsse. Drei Nüsse. Wow, das sieht gut aus. Bitte. Auch vier Nüsse schafft er auf diese Weise. Frau Rodenacker verwendet gerne außergewöhnliche Methoden. Wow, fantastisch. Das ganz Wichtige ist, dass wir über viele, viele Sinneskanäle arbeiten. Das heißt also, sowohl erstmal über das Sehen, über das Hören, über das Fühlen und gleichzeitig über die Bewegung. Stopp. Super, super. Auch Zahlen kann man fühlen. Zum Beispiel, indem man sie hüpft. Eine typische Übung aus Frau Rodenackers Mathematikunterricht für Kinder mit Down-Syndrom. Jetzt pass gut auf. Jetzt hüpfe. Vier Kästchen. So. Vier Kästchen, bitteschön. Vier Kästchen. Gleichzeitig trainiert Nahat dabei Muskelkraft und Koordination. Jonas. Jo. Auch Jonas bekommt eine Hilfestellung, damit er sich in der Menge der Buchstaben nicht verirrt. Na. Weil Frau Rodenacker ihm mit Lautgebärden hilft, schafft er es, seinen eigenen Namen zu schreiben. Alle sind da. Jonas. Nicht Papot. Nein, nicht. Auf keinen Falsen. Jonas ist stolz und freut sich schon auf die nächsten Aufgaben. Das Mädchen. Guck mich nochmal an. Nina. Leben und Lernen mit dem Down-Syndrom. Wie verläuft das? Nun, solange die Kinder noch klein sind, gehen sie oft zum Beispiel in den gleichen Kindergarten wie die anderen Kinder. Aber mit Beginn der regulären Grundschule ändert sich das. Denn nur jedes vierte Kind mit Down-Syndrom besucht die reguläre Grundschule. Und bei der weiterführenden Schule ist es so, dass nur jedes siebte Kind die besucht. Die anderen gehen in eine Förderschule. Und später, wenn wir ans Arbeitsleben denken, dann arbeiten neun von zehn in solchen Behindertenwerkstätten. Viele wohnen auch dort in einem angegliederten Wohnheim. Und der große Vorteil in der Werkstatt herrscht so etwas wie ein geschützter Raum. Also man wird nicht gekündigt. Man hat immer einen Ansprechpartner. Die Tätigkeiten sind ganz unterschiedlich. Hier zum Beispiel verschiedene Arten der Verpackung. Nun, für viele Menschen mit Down-Syndrom mag das eine durchaus ideale Lösung sein. Aber es gibt auch einige, die wollen raus. Raus auf den gewöhnlichen Arbeitsmarkt. Und diese junge Frau zählt dazu. Sie heißt Johanna. Johanna von Schönfeld, 21 Jahre alt, auf dem Weg zur Arbeit. Die Fahrt von Neuss nach Düsseldorf schafft sie mittlerweile alleine. Das hat sie extra ein paar Tage lang geübt. Johanna nutzt die Zeit und lernt Vokabeln für ihren Englischkurs. Sie hat ehrgeizige Ziele. Ihr Traumberuf? Krankenschwester. Krankenschwesterberuf würde es als Berufswunsch, als Selbstwunsch einmal meines Lebens werden. Ja, und da sind auch einige englische Patienten vielleicht dabei. Johanna macht gerade ein Praktikum in einer Praxis für Nierenkranke. So hofft sie, ihrem beruflichen Traum ein Stück näher zu kommen. Johanna bereitet Getränke und Brötchen für die Patienten vor. Jeder soll bekommen, was er bestellt hat. Ich bin soweit fertig. Nona, Kaffee? Kaffee. Muss das gekocht werden? Klar. Okay, für B? Für A und für B. Okay, gut. Diese Aufgaben sind für Johanna eine Herausforderung. Sie gibt sich Mühe. Sie hofft, hier am Ende des Praktikums eine Festanstellung zu bekommen, als Servicekraft. Glückwunsch. Johanna hat schon mehrere Praktika hinter sich, aber das hier gefällt ihr am besten. Okay, der läuft. Dann da. Okay, gut. So. Dann machst du die A fertig, weil da gehst du jetzt gleich hin. Die warten nämlich schon so langsam auf dich. Ja, kommt noch. Gut. Okay, guten Tag. Hallo. Hallo. 65 Patienten muss Johanna jeden Tag versorgen. Ähm. Eine Tasse Kaffee mit Milch. Okay. Ein bisschen Wasser. Und die bunte Tüte. Okay. Sind gut? Und selbst? Auch, danke. Welcher Patient Wasser möchte und wer Kaffee, wer sein Brötchen lieber mit Käse isst oder mit Wurst, das steht alles auf einem Plan. Den hat Johanna von ihren Kollegen erklärt bekommen. Sie musste ein paar Tage üben, aber jetzt klappt es. Und dann kommt es zu Ihnen. Wasser? Kaffee schwarz. Ein Wasser noch. Für Johanna ist so ein Arbeitstag sehr anstrengend. Bis jetzt sind alle mit ihrer Arbeit zufrieden. Patienten und Kollegen. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo Johanna. Hallo. Wie geht's? Alles gut. Und, klappt alles gut? Ja. Prima. So, dann wollen wir mal schauen. Danke. Bitte schön. Danke schön. Die Patienten sind versorgt. Zeit, auch mal über Probleme zu reden. Ich weiß nicht, was gewesen war, aber es hat ja so einen Moment gehabt, wo es sehr schnell angeschnappt war. Johanna war traurig. Und erst haben wir gedacht, ihr wäre schlecht, weil sie uns nicht gesagt hat, dass sie traurig ist, sondern dass ihr schlecht ist. Und aus dem Grund mussten wir da mal eine kleine Pause einlegen und das Ganze hinterfragen. Und dabei kam raus, dass ein Patient sehr unfreundlich zu ihr war. Und das konnte Johanna natürlich auch nicht so schnell verarbeiten. Aber wir haben das dann besprochen in aller Ruhe, ne, bei einer Tasse Tee. Und dann war es auch wieder in Ordnung. Drei Monate dauert das Praktikum. Einen hat Johanna schon geschafft. Wenn das mit den Arbeitsplätzen alles gut wird, wenn das auch das Positive zeigen kann, dann werde ich begeistert sein. Der Tag ist alles in allem gut gelaufen. Johanna muss heute pünktlich Schluss machen, denn um 16 Uhr beginnt ihr Englischkurs. Ich drücke ihr jedenfalls die Daumen. Nun, Menschen mit Down-Syndrom leben zweifelsohne in einer besonderen Situation und das betrifft natürlich auch ihre Familien. Vater und Mutter werden plötzlich mit einem komplett neuen und herausfordernden Alltag konfrontiert. Und jetzt gibt es da plötzlich eine Entwicklung. Die Medizin bringt immer mehr Tests heraus, mit denen man schon vor der Geburt feststellen kann, hat mein Kind möglicherweise ein Down-Syndrom? Ja oder nein? Jetzt könnte man denken, das Leben wird einfacher, oder? Unerfüllter Kinderwunsch. Wenn werdende Eltern zu Wolfram Henn in die genetische Beratung kommen, sind sie in einer schwierigen Situation. Viele stellen sich die Frage, hat mein Kind das Down-Syndrom oder nicht? Heute können Eltern vor der Geburt erfahren, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. Das war nicht immer so. Als der Ultraschall in den 60er Jahren eingeführt wurde, konnte man höchstens sagen, ob das Kind richtig lag und wuchs. Das Kind kam auf die Welt, so wie es war. Manche Kinder hatten das Down-Syndrom, die meisten nicht. Doch das konnte man erst nach der Geburt feststellen. Erst in den frühen 70ern änderte sich das. Eine neue Untersuchungsmethode wurde eingeführt. Dabei entnahm der Arzt der schwangeren Frau Fruchtwasser und gab es weiter ins Labor. Im Fruchtwasser sind Zellen des Kindes und darin das Erbgut. Plötzlich war es möglich, schon vor der Geburt zu erfahren, ob das Kind das Down-Syndrom hatte. Doch vorgeburtliche Untersuchungen waren damals keine Routine. Die Einführung der vorgeburtlichen Untersuchungen ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, sondern hat sich über viele Jahre entwickelt von einer Ausnahmesituation in eine Routine. die heute von mehr als der Hälfte der älteren Schwangeren, sagen wir mal über 35, in Anspruch genommen wird. Seit den 70ern hat sich viel getan. Der Ultraschall ist besser geworden. Heute ist es möglich, damit die Dicke der Nackenfalte zu messen. Ist sie wenige Millimeter dicker als die Norm, ist das ein Hinweis auf das Down-Syndrom. Die Entscheidung für die Nackenfaltenmessung scheint ganz leicht zu sein. Denn die Untersuchung ist ungefährlich und verspricht mehr Gewissheit. Doch genau hier liegt das Problem. Eine dicke Nackenfalte heißt nicht, dass das Kind mit Sicherheit das Down-Syndrom hat. Wenn eine Nackenfalte auffällig dick ist, dann kann der Frauenarzt hundertmal sagen, dass es immer noch eher unwahrscheinlich ist, dass das Kind eine Chromosomenstörung hat. Keine Schwangere, kein Elternpaar wird damit beruhigt nach Hause gehen. Das heißt, der Weg zur dann invasiven, also mit Nadelstich versehenen Fruchtwasseruntersuchung ist dann vorgezeichnet. Die Entscheidung für diese Untersuchung ist schon nicht mehr so leicht. Denn die Fruchtwasseruntersuchung kann das Kind verletzen oder zu einer Fehlgeburt führen. Anstatt des Fruchtwassers kann man auch den Mutterkuchen untersuchen. Aber dabei sind Fehlgeburten noch häufiger. Wenn das Ergebnis vorliegt und die Ärzte tatsächlich das Down-Syndrom feststellen, dann stehen die Eltern vor der schwersten Entscheidung. Man kann das Down-Syndrom wie jede andere Chromosomenfehlverteilung nicht wegtherapieren, sondern die Frage ist, die sich für die Eltern aufmacht, nehme ich das Kind so an mit seinen Besonderheiten, die es haben wird, oder breche ich die Schwangerschaft ab? Nach all den Untersuchungen müssen die werdenden Eltern plötzlich über Leben und Tod ihres Kindes entscheiden. Einige wollen genau diese Entscheidungsfreiheit, doch für andere ist sie eine Bürde. Demnächst könnten mehr Paare in diese Situation kommen. Es gibt eine neue Untersuchungsmethode. Dabei reicht schon ein wenig Blut von der Mutter, um festzustellen, ob das Kind das Down-Syndrom hat. Der Test hat viele Vorteile. Er ist ohne Risiken für das Kind und er liefert ein sicheres Ergebnis. Zudem funktioniert die Methode bereits in einer früheren Phase der Schwangerschaft. Doch möglicherweise werden genau diese Vorteile den Druck auf die werdenden Eltern erhöhen. Dass es diesen Druck gibt, zeigte eine Studie, an der Wolfram Henn beteiligt war. Das Ergebnis? Rund ein Viertel aller Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom hatte bereits den Kommentar gehört, dass heute ein solches Kind doch nicht mehr nötig sei. Wenn der Test von der Krankenkasse als Teil der Routine Schwangerenvorsorge bezahlt würde, dann wäre das das Signal in die Gesellschaft hinein. Wir als Kostenträger wünschen nicht, dass Kinder mit Down-Syndrom geboren werden. Und das würde die Eltern noch mehr, als es heute schon der Fall ist, in Rechtfertigungszwang bringen, eine solche Untersuchung nicht zu machen. Würde das den Druck erhöhen, das Kind nicht zu bekommen? Das würde dann im Weiteren natürlich auch den Druck erhöhen, die Schwangerschaft, wenn das Kind denn auffällig ist, abzubrechen. Das Wissen über das ungeborene Kind wird immer leichter erhältlich. Doch für werdende Eltern wird es dadurch nicht unbedingt einfacher. Der Druck, den die Gesellschaft offen, aber auch unterschwellig auf junge Eltern ausübt, der zeigt sich in einer ganz konkreten Zahl. Heute schon entscheiden sich 9 von 10 Elternpaaren gegen ein Kind, wenn vor der Geburt feststeht, dass es das Down-Syndrom hat. Die Frage lautet also nicht Bluttest, ja oder nein, sondern eher, inwieweit sind Menschen mit dem Down-Syndrom in Zukunft überhaupt noch erwünscht, wird man den Eltern vielleicht sogar einen Vorwurf machen und sagen, selber schuld. Und was sagen Versicherungen? Doch, es geht auch anders. Wir haben nämlich eine Frau getroffen und sie schaut weniger auf die Defizite, sondern vielmehr auf die Besonderheiten von Menschen mit Down-Syndrom. Bonn, Rheinisches Landesmuseum. Mitarbeiter einer Zeitschrift recherchieren in einer Ausstellung. Sie werden anschließend Artikel über ihre Eindrücke schreiben, für das Magazin Ohrenkuss. Ohrenkuss gibt es seit 15 Jahren. Katja de Braganza ist die Chefredakteurin. Sie ist eigentlich Biologin. Früher hat sie an der Uni gearbeitet. Damals galten Menschen mit Down-Syndrom noch als minderbemittelt, unvollkommen. Und das war das, was mich geprägt hat. Ich kannte nur solche Bilder. Die haben was Deprimierendes, Würdeloses und informieren auch nicht wirklich. Und es ist immer auf den Defekt aus. Die Fachleute glaubten, so jemand merke noch nicht einmal, dass er behindert sei. Und Lesen und Schreiben würde er niemals lernen. Katja de Braganza beschloss, dieses Bild zu verändern. Sie plante ihre Zeitschrift und bekam Geld für vier Ausgaben. Vier Ausgaben eines Magazins, wo nur Menschen mit Down-Syndrom schreiben, zu bestimmten Themen, um der Fachwelt zu beweisen, die können lesen und schreiben. Denn es ist ja so, wenn man was gedruckt sieht, mit einem Namen anständig präsentiert, dann glaubt es ja jeder. Das Geld kam von einer privaten Stiftung. Es reichte für die vier Ausgaben und für den Beweis. Danach wollte Katja de Braganza zurück an die Uni. So hatte sie es geplant. Ich wusste, ich kann da ja wieder zurück und dort arbeiten. Das ist beflügelnd, diese Vorstellung. Also auch Humangenetiker machen ihre Arbeit gerne. Jetzt waren die vier Ausgaben fertig. Ich kann mich noch an die Sitzung erinnern. Ich hatte damals noch nicht so viele Kollegen wie heute. Der Kreis war kleiner. Und dann sagte ich, ja, jetzt hatten wir die vier Ausgaben und jetzt ist das zu Ende. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, wie es weitergeht. Und dann sagte Angela Fritzen, Gründungsmitglied, das Ohrenkuss, wie eine Zeitung mit nur vier Ausgaben. Das ist ja wohl nichts. Sollte sie die Uni-Karriere sausen lassen? Angela Fritzen, Autorin mit Down-Syndrom, bringt die Lebensplanung der Biologin durcheinander. Katja de Braganza entschließt sich, ein Jahr weiterzumachen. Wir machen weiter. Wir machen ein Jahr lang weiter. Und wenn wir in der Zeit tausende Abonnenten haben, dann sehen wir, dass es Leserinnen und Leser gibt. Die Frage war, würden sich so viele Menschen für diese Texte interessieren? Die von Liebe handeln, von Mode, Musik, Essen und Trinken und davon, was man einem Baby mit Down-Syndrom wünscht. Es soll Schreiben, Lesen, Malen, Sport machen können. Finde ich sehr praktisch. Verena Günnel, eine Ausbildung, eine schöne Schule, es soll ein glückliches Mensch werden, so wie ich. Würden Sie das auch sagen können? Das können meine Kollegen. Die halten sich nicht damit auf und sagen, ich bin ein unglücklicher Mensch. Sie haben Teile, die sind vielleicht unglücklich, weil es ihnen nicht gut geht. Aber Verena Günnel sagt, es soll ein glückliches Mensch werden, so wie ich. Das finde ich toll. Und es ist angenehm, mit Kollegen sich zu umgeben, die erst mal so auf die Welt gucken. Was ist diese Steuerung? Und weil sich auch immer mehr Leser für diese Autoren begeistern, erhöhen sich kontinuierlich die Abonnentenzahlen. Die Themen werden anspruchsvoller. Es gibt Hefte über Kunst und Kultur, über Luxus und das Paradies. Ohrenkuss wird sogar nach Dresden eingeladen, um über die Wiedereröffnung des grünen Gewölbes, Schatzkammer von August dem Starken, zu berichten. Und hier sehen Sie meinen Kollegen Marc Lohmann. Er ist auch Gründungsmitglied vom Ohrenkuss. Da kann ich mich auch noch an diese Szene erinnern. Hier sehen Sie überall die Spiegel. Sie sehen an seinem Blick, also das Erkennen dieser Pracht. Solche Orte mit solchen Autoren zu besuchen, das sei wie ein Sog, fast wie eine Droge, sagt Katja de Braganza. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Kollegen anders gucken können. Die können anders aufnehmen, als hätten sie vielleicht wie eine Dimension mehr. Oder wie ein, dass manche Menschen ja nachts, können man nur schwarz-weiß sehen, als könnte man nachts farbig sehen. Aktuell arbeitet die Redaktion an einer Ausgabe über das Thema Zeit und Vergänglichkeit. Ich bin sehr privilegiert, weil ich diesem Team angehöre und weil ich die Dinge anders anfangen kann zu sehen. Ich trainiere das Wahrnehmen. Sie scheint ein glücklicher Mensch zu sein. Also viele Momente meines Lebens, die mir Erfüllung gebracht haben oder das Gefühl, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt, die habe ich mit meinen Kollegen gehabt. Entstehen aus solchen Momenten dann auch Freundschaften? Freunde sind für mich die, wo ich dann gerne abends noch, wenn wir nicht mehr arbeiten, noch ein Bier trinken oder so. Oder wo ich denke, gerne würde ich mit demjenigen reisen. Oder wenn es mir nicht gut ginge oder so. Wo man solche Dinge teilt. Und da gibt es durchaus zwei, drei, die mir so nah sind mit diesem Selbstverständnis, das man zwischen Freunden hat. Umso mehr man sich mit diesem Thema befasst, desto mehr merkt man, dass das eigentliche Defizit nicht in einem zusätzlichen Chromosom besteht, sondern in unserer Gesellschaft, die vor lauter Leistungsdenken so blind geworden ist, dass sie die wichtigen Dinge des Lebens geradezu übersieht. Es gibt nicht den Menschen mit Down-Syndrom. Nein, jeder ist anders. Jeder Einzelne hat seinen Namen. Und ich weiß, jetzt im Moment sind einige ganz stolz, denn es gibt Mitglieder vom Team Ohrenkuss. Die haben uns bei dieser Sendung geholfen. Und die Unterschriften finden Sie hier im Studio, aber auch im Internet. Sie klicken uns an unter www.korks.de. Und es gibt natürlich wie immer auch zusätzliche Informationen zum Thema. Das war es für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017